Das ist der Hammer, wo geh'n wir hin? Terroristen? Oder Anti? die terror ist okay einig Hör Wollt Was die Bombe Junge? Los! Lass es überall gehen Hendrik, willst du denn jeden Tag um 13.30 Uhr die CSGO-Folge alle zwei Tage oder nur einmal in der Woche? Du darfst entscheiden Weißt du wie wem der das ist? Ja, mir aber auch. Deswegen frag ich dich ja. Weil ich keinen Plan hab, wie ich machen soll Dann mach einfach jede zweiten Okay, was mach denn die anderen jeden zweiten Tage? Keine Ahnung was solltest du machen wenn du es jede woche machen würdest oder würdest du dann die Atrodex-Tage machen? äh als Alternative Battlefield 4 oder Black Ops 2 Zombie-Modus oder Black Ops 2 und äh das ist äh knasen, knasen, ja das ist nicht so wichtig, unwichtig Details ist nicht unwichtig ja, kannst ja gerne tun, wir haben gewonnen na und, für Wester, was sagst du dazu? hast du gut gemacht, Junge hab ich doch gedacht, du hast die Bombe so, ja dann gehen wir jetzt mal kurz, ich hab sie wieder ja, lang nein, kurz, du kannst ja gerne reingehen ok, geh ich auch mal lang mach ich halt alleine niemand liebt mich nö alle zwei mach ich weg, kein Problem die putzen nur auf, blöd, ne? mach ich weg und das ist ja das Spiel hab ich weggemacht der hat nur noch 1 HP ach mach ihn weg ne, ich steig auf den Strom AAAAAAAA ja, ach nö, Proton hat ihn weggeholt Proton hat Proton geholt oh, oh, auf und voll schauen sie nicht mehr nein, liegt die Bombe ja, ja ah Applaus, Applaus, Applaus oh, da liegt ne AK, du Bimbo hol dir die AK ich hab ne AK ey, ich mein ja die MP äh, M4 ach ich hab die Bombe, rennen mir hinterher ich bin gut ich hab ne Granate, ich heftig gleich damit ab hab ich das Belohnung bekommen das trägt irgendwas auch nix ah, ist frei ja, ich bin grad aufm Weg zu A A lang scheint auch frei zu sein dann denk ich für dich mal A kurz A kurz zwei Leute und einer von denen der Bot steht noch in deren Base drin, oder? ach, das ist einer von uns, lol ach, das ist einer von uns, lol ja, der steht da mit der SSG und ist, äh auch, ich hab schon wieder die Bombe schön dann komm ich hier simulier hinterher alles klar du rennst nur hin, du rennst auch akkord, dachte ich ne, jetzt auch lang was ist der was ist der der hat auch ewig gebraucht mich zu töten normalerweise krieg ich schon direkt nen Headshot ich hab 94 abgezogen ja, jetzt bist du schon tot? ja, ich hab gedacht da ist nur einer und den hab, äh, den hände ich ja mit einem SSG gemacht du bist voll der Noob ich weiß hast recht muss ich ja nicht sagen hast du schon Tarno, let's go wow das dauert garantiert noch ewig da ist sowas im Kugel da ist sowas im Kugel da hinrennen und die von der Seite, genau, hast recht oh, der hat ne AUG gehabt B ist frei ja, du bist ja der letzte von uns oh das letzte ja, dazu geht's noch machst du es fertig ja lange ist SSG schon draußen keine Ahnung hat die jemand einem 5 Jahre Veteranenmünster das kann auch mit CSS zusammenhängen ah oh ich hab die Bombe gewinnen wir es könnte auch schon 5 Jahre raus sein hast recht du es nicht er ist auf jeden Fall nicht sehr alt aber auch nicht sehr jung ja, aber ich bringe die 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 ich habe doch sein namen gesehen das ist so verwirrend eigentlich ja nicht aber was solls da ist auch nur einer der kleine plopper an der kappladen das finde ich voll fair was schmeißt sich denn jetzt mal autowichser im vordergrund abwp mitte am hand wie naja der läuft gerade mit dem messer richtung a und nur durch die kalas ja durch den tunnel meine ich der guckt jetzt a lang der ist jetzt oben aufm a platz da steht hinten in der ecke damit er auf a lang gucken kann ja einer hat es gerade gespürt einer ist zweiste noch auf b der eine am auto und der andere hinter der kiste direkt an der an der wand und dann auch einer an der hintersten kiste einer läuft gerade hinten durch den also bist du auch tot ich bin tot ich habe auch einen mitgenommen ah ich habe einen Bogen, lass wir gehen wir gehen bitte dann mal gucken, vielleicht auch kurz ich bin genau eingequält worden du bist der Typ, der sich hat vor irgendwie da du bist das jetzt, guck mal du hast die Bombe wo warnt der? Airboy Shooter Verdammt ey, ich habe genau nachgeladen ich bin fest auf dem ganzes Ohr, aber wie kommt denn das? weil du schon in der Zeit einfach anspielst und ne, der Antra hat 7-4 guck mal auf die Punkte, die Punkte sind ja, aber du hast... ja, von den Kürzern natürlich nicht du hast, du hast eine KD dafür ja, das stimmt allerdings ach, du hast ein paar mal die Bombe gelegt und sowas ne, nur einmal ja, einmal weiß ich aber ja ist ja auch der Sinn des Spiels hm, ich habe gedacht, dass ich jeden einen Sitz höre bist du noch im Leben? Ne nein, ich habe gesagt, ich habe gerade nachgedacht und bin deswegen verreckt weil dann nur noch mal entweder dauert jetzt gleich wecken also ich komme jetzt mit der Waffe um den Leck und mach den Meck muss ich dir mal einmal mit der AWP rumlaufen, ne? all nicht was mit AWP hdl 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 Ach, ja. Ja, fick die Henne. Zwei Richtung B unterwegs. Ja, ich sehe gerade keinen Schuh verhindert. Also, einer ist oben auf der Plattform. Einer hatte ich gerade gekillt. Ach ne, doch nicht. Hat eigentlich gekillt. So, einer läuft gerade unten bei denen am Spawn rum. Der läuft jetzt Richtung... Ne, der guckt da an der Kiste dann nach oben. Der ist immer noch unten am Spawn von denen. Der läuft gerade eine Granate. Der andere von denen ist... Ach, die sind beide unten, der hat Spawn. Bei denen der hat Spawn. Ja. Oh ja, der ist doch gerade vorne weggelaufen. Richtung B. Du musst doch da nachladen. Der hat B90 für 50 Schuss, ey. Die verarschen. Boah, ein halbes Mal hab ich das nicht auf die Reinfark überladet. Und ich lieb Markus lieber, wenn ich ein paar mehr Sachen im Essen hab. Ach. Lieber mit dem Lehrmagazin gestorben als mit dem vollen Bauch hungern. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Mit der Aua! Woll nicht. Doch. Nein. Ich mach in der nächsten Uhr nur einen richtigen Arschloch-Move, wenn ich genug Geld hab. Der Honda hat sich schon gemutet, weil wir so laut sind. Und nur Scheißalarm. Was sagst du? Nicht nur, dass du nicht gelootet hast. Hallo Lien. Wollen wir voll auf den Sack gehen? Nö. Gehört hab ich euch ja noch. Ja, das hab ich gesehen. Er wollte uns nicht voll auf den Sack gehen. Genau. Wollt die Konzentration nicht stürmen. Wat für ne Konzentration? Wir hungern ja nun voll im Breaking. AAP und Duel Paragraph. So, ich mach jetzt richtig Arsch. Ich hab mich mit der AWP auf... äh... an. Weil da irgendwer war, den hab ich nicht getroffen. Au. What the fuck? Decker AWP. Nein, das war ne Skar, aber was für nen Ping haben die denn, dass der mich erwischen konnte. Direkt mal gucken hier. Na, eigentlich sind die Pings ja okay. Mein Gott, äh... Der eine steht hinten bei B, ganz hinten an der Container. Ach ne, das ist einer von uns. Ach ne doch, der mit dem ich gehöre. Und dann ist noch einer bei A lang hinten an der Tür. Einer ist Mitte, läuft hoch. Geht A langs. Ey, kommt zu euch? Nein. Ja, jetzt steht der eine noch bei B hinten. Und dann läuft noch einer A lang gerade. Hat ne AWP. Nein, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt lebt nur noch... Ne, der eine steht Mitte, direkt an der Tür hinter diesen Containern. Da kann die Cutters reingucken. Einer steht an deren Spawn. Ja, Spawn. Er guckt auf euch. Ja, Spawn. Das ist wahrscheinlich los, bitte. Los. Nope. So, noch ne Runde, dann hole ich bestimmt einen. Weißt du was ich dazu sage? Gar nichts. Gut. So. So, der erste ist bei B gestorben, bei B sind sie. Und bei A natürlich auch. Ich geh einfach mal wieder hinten rum zu A. Glaub ich. Keine Ahnung warum. Okay, ich will... Ich könnte... Ich könnte... Du nicht rechts reden. Ich könnte... Den kratzen... Du kannst... Na wo ist ne Tende, Kevin? Jaа. Es wird ja... Da ist er. Sch... Jaaa. Acker! Geh nicht rein. Obwohl, doch. Da ist meine Bombe. Setz sie bei A. Da ist mir ehrlich gesagt zuviel los. Ach, bei B aber auch. So, danach noch ne Antriff und dann noch mal Geiltenfeuerung. Jo. I am landing the bomb. I am landing the bomb. Bomb heißt beam-blended. Oh, ich musste nur 45 Sekunden überleben. Gucken wir kurz? Ich hab nur noch einen Gegner. Äh, was? Ich guck... Ne, es gibt noch. Es lebt noch einer. Und damit irgendwo in der Weltgeschichte rum. Der hat halt B. Also in der Mitte. Richtung B. Ja, ich hab'n ja gesehen. Der hat nur n' Arschweil des A mit seiner Scheisskala. Der schafft das nicht mehr. Voll die Wortveränderung. Ich nenn' den jetzt einfach Scoop anstatt Noob. Wegen seiner Scheisskala. Ja, ist geil. Ist doch voll der Scoop, ey. Das schafft er nicht mehr. Der hat verloren. Der macht doch auch nischt. Gucken dir doch mal an. Ja, der ist ja auch n' Kackboden. Geh zu A los. Geh noch. Flieg noch in die Luft. Bester Spieler. Wer ist es? Ja, weil du ne Bombe gelegt hast. Ist doch egal wer ist oder wer ist. Nicht Kevin. Schade. Ich dachte. Okay. Bäh. Und dann ist das. Du bist auch ein Spacken. Guck doch auf A lang. Ey. Ich hab doch auf A kurz geguckt die ganze Zeit. Es gibt's doch nicht. Scheiße. Schon wieder gestohlen? Ja. Ja, für dich ey. A kurz kam nämlich welche Ola für mich. Hätt ich da nicht hinguckert. Wer ist jetzt tot? Ja, das ist ja gut. Wer ist jetzt tot? Wer ist jetzt tot? Ja, das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Ich hätte nur noch Kette da eins. Lass mich auf den Boden. Mach die Runde los. LOL. LOL. Wimpage. Wimpage. Weiß die Bombe? Ja. Das war cool. Das war richtig geil. Vor allem das, mit wem ich gerade weggehört hab. Ich hab den letzten Krieg gesehen aus der Perspektive des Typen, den du getötet hast. Hast du? Ja, ich hab die Rauchgeleitung einfach mal Trust for Thunder hingeworfen. Ja, der Panik. Bäh. Ja, ich hab nur laufen hören irgendwie in der Richtung. Über die Bombe. Ja, was soll denn das? Über die Bombe? Ja, was soll denn das? Ja, ich hatte mich gefreut, so dass ich die Bombe hatte. Oh. Äh. Jetzt hat sie aber kurz. Der kleine plabbernde Kaplan. Ja. Das war. Nein, es ist so tot. So ein Spaten. So, du die Bombe legst und machst alle fertig. Du hast nur noch 4 HP? Wattest nur noch 4 HP? Ohne, lass dich nicht messern. Bitte nicht. Nicht messen. Wenn der das macht, wenn der das macht, wenn der das macht. Lol. Ja, guck mal, ich hab irgendwas bekommen. Was denn das? Ich hab auch gekriegt. Ich hab auch gekriegt. Eine Wintersport gestern. Ja, was ist denn das? Community Sticker Capsule 1. Drück mal 3. 3. 3. Ja, 3.